wie schon auf meinem thumbnail ausgedrückt drei daumen nach oben für das moto m4 ich würde auch vier daumen geben nämlich für die qualität dieses interfaces für die vielseitigkeit dieses interfaces für die riesen software ausstattung die da mitkommt ja und auch noch lubeck es ist ein tolles tolles interface wir reden drüber bleibt dran willkommen bei den ash creek studios willkommen beim roger schön dass ihr wieder dabei seid dass du dabei bist und wenn du neu bist hier auf meinem kanal es geht um studio technik audio technik musik sowieso verstärker gitarren alles ist diese diese welt die bilden wir hier ab und heute geht es um das moto m4 ein wirklich solides interface ich hab's schon etwas länger bei mir dadurch dass es bass powered ist ist es natürlich unglaublich gut beweglich und man kann sehr viel sehr viel mitmachen und weil ich in der letzten zeit auch wieder sehr viel mit dem m4 gearbeitet habe in kleineren umgebungen habe ich gedacht ich drehe das video für euch damit ihr mal ungefähr austarieren könnt was dieses interface tatsächlich kann ich habe es aufgebaut ist jetzt zu viel gesagt das machen wir dann im teil zwei dass es tatsächlich auch angesteuert wird und dass ihr auch die sound andrücken können erleben könnt heute geht es tatsächlich mal um die erklärung der features und dem was alles mitgeliefert wird eckdaten all das was wir für dieses moto m4 fürs verständnis brauchen ich habe versucht hier einiges mal an informationen zusammen zu tragen wir haben unglaublichen schnellen treiber an bord mit 2,6 millisekunden latenz also das ist enorm ich habe ihn auch installiert das solltet ihr auch tun er würde auch mit standard treibern funktionieren macht das bitte nicht sondern nehmt tatsächlich auch den mitgelieferten oder beiliegenden oder downloadbaren treiber direkt vom moto ihr tut euch damit einen riesen gefallen wir haben ein geschirmtes gehäuse alu und das ist tatsächlich so dass ihr ihr könnt ihr ein handy drauflegen ihr könnt ein handy drauflegen ihr könnt sonst was machen ihr habt keine blöden nebengeräusche ihr kennt dieses wenn es dann mal anfängt irgendwo ja sich irgendwo zu synchronisieren oder christ kriegt eine sms oder dergleichen diese zeiten moto sind vorbei das haben die wirklich von der genusskunst her klasse gemacht wir haben unglaublich coole wandler verbaut die normalerweise auch in den serien von moto afb verbaut werden das hatte ich schon angerissen wir finden wirklich tolle tolle sachen wieder die normalerweise naja im hohen dreistelligen oder graben vierstelligen bereich dann zu finden sind somit haben wir natürlich auch den sound in studio qualität mit abtastraten bis zu 192 kilohertz und das ist tatsächlich enorm die loopback funktion als solches funktioniert jetzt auch was heißt jetzt ich weiß dass wir vor einigen jahren hat sie noch ein bisschen probleme gegeben treiber ist angepasst worden und auch das funktioniert jetzt insofern kann natürlich auch derjenige der vielleicht interesse hat zu streamen dem ziel mit dem motto super nahe kommen unser interface ist bass powered in sofern brauche ich keine externe stromversorgung ich habe tatsächlich ein hervorragendes farb display was ich immer dazu benutze dafür ist es ja auch gedacht eine sehr fein granulare pegel anzeige dann zu sehen und extrem gut aussteuern zu können kommen wir auf das aussteuern gleich zurück denn wir haben wirklich gute preamps verbaut mit 60 db verstärkung und das ist sogar annähernd linear und ich weiß nicht wer das video schon mal gesehen hat ich habe mal etwas gedreht das hat sich tatsächlich damit beschäftigt und das gewöhnliche zum tragen kommen das ist nämlich einmal der channel strip als solches was ist das denn eigentlich ja wozu kann ich den brauchen und dafür ist natürlich die hervor langsam die voraussetzung ideal hier annähernd lineare preamps zur verfügung zu haben des weiteren wie das ganze verkabelt wird auch mit röhren preamps und so weiter das verlinke ich euch auch noch mal dann unser dynamikumfang der ist auch ganz hervorragend hervorragend abgebildet mit 115 bis 120 db gewichtet und wir haben einen ganz tollen kraftvollen kopfhörer ausgang das ist so eine sache die vermisst man manchmal bei ähnlichen interfaces aber hier ist tatsächlich ein wirklich guter und ich habe es extra so geschrieben auch kraftvoller kopfhörer ausgang dabei das brauchen wir auch wenn wir direkt monitoring betreiben auf dem kopfhörer das interface hat außerdem auch einen ein ausschalter das findet man auch relativ selten in dieser preisklasse denn wir sind ja unter 300 euro wir sind glaube ich bei 270 so was euros unterwegs und wir haben auch ein midi interface zur verfügung also das motto bietet die möglichkeit an nicht nur als audio interface zu arbeiten usb interface zu arbeiten sondern halt eben auch als midi interface und wir haben eine 48 volt phantomspeisung und das bei beiden mic preamps einzeln zur verfügung das heißt ich kann dann natürlich auch ein bändchen neben einem einem kondensatormikrofon betreiben kondensatormikrofone brauchen ja diese 48 volt ein bändchen da kann es mitunter nicht so gut sein ja so also das kann ich trennen und insofern bin ich da wahnsinnig flexibel was mich gefreut hat ich habe mal ein bisschen ärger gehabt mit einer mitgelieferten software hier von von dem motto und habe dann rausbekommen dass es in deutschland support gibt bei klemm-music.de und nach zwei tagen hatte ich antwort und auch einen link zum download der entsprechend richtigen software und das ist auch ein ganz ganz toller vorteil wie ich persönlich finde gut dann schauen wir uns das interface an ich erkläre es jetzt so erstmal eindruck von der haptik her enorm gut enorm gut verbaut also auch hier bei den bei den potis es wackelt gar nichts das ist alles unglaublich stabil und fühlt sich so wertig an das ganze das muss ich an der stelle tatsächlich mal zum ausdruck bringen ich komme ich mal mit dazu ja dann gucken wir uns hier unser ja unsere steckmöglichkeiten steckbuchsen an und wie ihr uns schwer lesen könnt ich habe die möglichkeit mikrofone zu betreiben ich habe die möglichkeit line signal einzufangen und natürlich auch einen gitarren signal oder ein bass signal einzufangen das ist die angesprochene 48 volt steuerung pro mic interface die ich dann aktivieren kann für kondensatormikrofone und das hier monitoring das hat damit was zu tun wenn ich natürlich jetzt hier abhören möchte mit meinem super guten kopfhörerausgang dann kann ich mir natürlich die entsprechenden kanäle zuweisen also einmal den kanal 1 einmal den kanal 2 kann mir sogar meine mein input 3 und 4 den wenn man dann auf der rückseite gleich sehen auch entsprechend zuweisen dann haben wir hier noch mal so eine art blend so einen überblendungs regler wenn man so möchte nämlich einmal vom playback signal meines pcs oder meiner workstation und einmal meinem direkten signal also das kann ich dann hier so überblenden und steuern wie es mir dann am allerbesten gefällt ja und das ist mein entsprechender proti um die entsprechende lautstärke nachher in richtung meiner studie monitore noch zu steuern und hier die regelmöglichkeit meines kopfhörers ich drehe das interface um so positioniert es so ein bisschen dass man ganz gut was sehen kann dann haben wir nämlich hier den erwähnten ein ausschalter hat man nicht so oft wir sind ja hier in der preisklasse unter 300 euro unterwegs und das erwähnte midi in out hier ist es verbaut hier kann was anschließen hier kann man dann tatsächlich unsere keys wenn wir so einen midi keyboard haben um vielleicht auf der drw entsprechende sinds oder sowas zu steuern dann wäre das hier eine empfehlung haben oder auch meinetwegen drums und vst instrumente usbc anschluss den haben wir hier hier ist noch ein kensington lock der vollständigkeit halber ja und dann rutschen wir mal nicht ganz linear oder nicht ganz sauber rüber das hat gleich seinen grund denn ich möchte euch noch erklären dass wir um quasi hier unsere line outs haben und zwar einmal zweimal dreimal viermal und da habe ich dann meine oder die möglichkeit meine studie monitore beispielsweise anzuschließen oder deren mehr das signal liegt ja an ich kann es ja dann verwenden wie ich es brauche und hier habe ich jetzt noch meinen line in den kann ich zum beispiel für meine keyboards oder für meine synthesizer oder sonst irgendwas verwenden ja das sind meine line ins das ist der knall drei und vier die neue auf der frontseite schon gesehen haben ihr erinnert euch den kann ich auch zuschalten für das abhören am kopfhörer so warum habe ich das jetzt noch mal getrennt weil das sind hier alles symmetrische ein und ausgänge und auf der seite habe ich dann noch mal die möglichkeit das ganze asymmetrisch zu machen ja das ist ja hier schon an den cinge buchsen also ich habe auch die möglichkeit hier einen line out signal anzulegen oder auch hier noch mal ein monitor signal anzulegen aber wie gesagt hier an der stelle ist es asymmetrisch nicht symmetrisch gut damit habe ich euch soweit mal die haupt funktionalitäten vom motto gezeigt ich drehe es noch mal um noch mal so drauf gucken rückseite zeige ich jetzt mal nicht das sind riesengroße gummifüße drauf auch noch mal für die stabilität da rutscht nichts aber ich möchte noch gerne weitermachen euch noch sehr sehr hilfreiche informationen an die hand geben denn jetzt geht es gleich um die software okay also wie sieht denn unsere software ausstattung aus ich denke mal die ist wirklich sehr 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 üppig wir haben einmal die drw von motu das ist der digital oder digital performer light der ausgeliefert wird beziehungsweise die nicht mehr dann natürlich runterladen muss wir haben die abelton live light noch mal dabei als drw wir haben dann möglichkeiten des downloads bei big fish audio für audio loops und samples bei lucid samples audio loops und samples auch wieder loop master audio loops und samples also das ist viel 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 und in der summe ungefähr sechs gigabyte also da habt ihr wirklich alles alles was ihr braucht um direkt dann auch loszulegen und das ist finde ich noch mal ein riesen vorteil auch ein riesen lob meinerseits an moto das so zusammen zu stellen und zusammen zu setzen dass tatsächlich der endanwender mit einem moto m2 mit einem moto m4 loslegen kann und hat so viel freude und spaß dran und es geht ja weiter noch mit den virtuellen instrumenten bläser streicher drums ich habe geschrieben und vieles mehr weiß noch so viel mehr gibt was ich dann auch noch zur verfügung habe was ich dann wiederum mit diesem midi keyboard erinnert euch mit der midi midi stelle dann bedienen und spielen kann und natürlich gehört auch zum lieferumfang effekte wie hall echo chorus natürlich auch eqs und kompressoren und so weiter das ist im lieferumfang der entsprechenden drws die wir oben erwähnt haben oder ich schon erwähnt habe machbar möglich und wird auch so getan ja also da habt ihr wirklich in ein tolles tolles paket meine meinung dazu mein fazit zu diesem m4 von moto das ist eine sensationelle punktlandung des herstellers finde ich das ist meine meinung und ich freue mich eigentlich jedes mal wenn ich dieses kleine interface hier tatsächlich zum einsatz bringen kann und wer damit auskommt mit zwei mic preamps mit der möglichkeit hinten ich habe es euch gezeigt noch mit kies zu arbeiten wenn ihnen diese vier kanäle nachher ausreichend sind dann ist es eine absolute must have das ist einfach eine empfehlung preis leistungsverhältnis ist enorm wenn man überlegt was kriegt man tatsächlich mit diesem gerät hier und mit der entsprechenden software also daumen hoch und wie gesagt mehr als drei zumindest mal von mir würde mich interessieren wie ihr dieses moto m4 vielleicht schon erlebt habt oder wie eure ansprüche richtung moto m4 sein könnten gerne dann in die kommentare diskutieren wir darüber dann wünsche ich euch viel spaß mit dem was ihr tut bleibt mir vor allen dingen schönen gesunden bis zum nächsten mal roger von den eskrieg studios